Ich hoffe man kann mich jetzt gut verstehen. Guten Abend liebe Trader. Mittlerweile spült nicht mehr nur die amerikanische Notenbank Milliardenbeträge durch dicke Rohre in die Märkte. Auch die EZB stopft jetzt unablässig frisch gedruckte Euros in die schwarzen Finanzlöcher hochverschuldeter Staaten. Die Ausgabe der zwei großen Tender seit Dezember wirkte wie eine Beruhigungspille auf die Investoren. Und die Aktienmärkte konnten seither dynamische Aufwärtstrends entfalten. Wie man in diesem Umfeld besonders aussichtsreiche Handelssignale findet, wollen wir uns in diesem Webinar anschauen. Mein Name ist Frank Nota und mein Handelsansatz besteht aus einer Kombination von charttechnischen und fundamentalen Aspekten. Von meinem fundamentalen Zugang können Sie sich im Intermarket Report ein genaueres Bild machen. Diesen verfasse ich wöchentlich für den Nebenwerte-Investor und Sie können ihn auf tradecenter.de oder im Blog auf mastertraders.de frei einsehen. Bevor wir gleich mit der Aktien-Suche über TraderFox beginnen, noch ein paar technische Hinweise. Damit Sie ein möglichst optimales Bild auf Ihrem Bildschirm halten, klicken Sie am besten oben rechts auf den Button Vollbildmodus. Und setzen unten ein Häkchen bei Bildschirm anpassen. Jetzt sollten Sie das Webinar angenehm verfolgen können. Über die Chat-Funktion am unteren Rand können Sie jederzeit mit den anderen Zuhörern oder mit dem TraderFox-Team kommunizieren. In den nächsten ungefähr 60 Minuten werden wir uns an folgendem Ablauf orientieren. Gleich zu Beginn nutzen wir den Trading Desk, um aktuelle Chart-Signale zu finden und diese zu besprechen. Mit dem Trading Desk können Sie fast den kompletten Funktionsumfang der Software individuell, Ihren Bedürfnissen und dem Marktumfeld anpassen. Im Trading Channel stellen unsere professionellen Trader besonders aussichtsreiche Chart-Signale vor. Diese werden dann zum Teil auch ins aktiv geführte Musterdepot aufgenommen. Und hier werden wir später Aktien finden und ganz aktuell besprechen, die momentan charttechnisch und fundamental besonders aussichtsreich sind. Zum Schluss beantworten wir dann im Live-Chat gerne Ihre Fragen und nehmen Ihre Anregungen auf. Das Webinar wird im Wechsel zwischen Basics, im Umgang mit den Grundfunktionen der Software und natürlich auch der ganz aktuellen Auswahl und Besprechung von Chart-Signalen durchgeführt werden, die im Moment am Markt besonders interessant sind. Liebe Trader, wir möchten Sie davon überzeugen, dass die TraderFox Software einen echten Mehrwert für Sie schafft, weil Sie mit Ihrer Hilfe die aussichtsreichen Signale rasch identifizieren können. Darum bieten wir Ihnen auch heute einen Gutscheincode an, mit welchem Sie TraderFox zu vergünstigten Konditionen testen können. Wenn Sie unter TraderFox.de slash Rabatt Frank eingeben, können Sie dieses Angebot nutzen. Ich werde den Code am Ende des Webinars nochmals einblenden. Öffnen wir nun aber den Trading Desk. Über den Kundenbereich gelangen Sie ganz leicht zu unserem Tool und haben dann den Desk vor sich. Mit dem Desk können Sie rein browserbasiert Echtzeitkurslisten erstellen, sich Chart-Signale anzeigen lassen, miteinander kombinieren und Sie können sich genau die Signale anzeigen lassen, die im aktuellen Markt besonders interessant sind. Fangen wir an mit einem Blick auf die Mid-Cap-Aktien. Sie sehen heute zum Beispiel Leonie mit einer ganz besonders starken Performance, Gildemeister, L-Ring-Klinger, Rheinmetall, die stärksten Werte heute im MDAX, Automobilzulieferer, L-Ring-Klinger ebenfalls Automobil, Rheinmetall ist im Moment interessant, auch deswegen, weil die Automotivsparte möglicherweise abgespalten wird. KUKA als Robotikhersteller oder Bauer von Robotern für die Automobilproduktion, Deutz, Motorenhersteller, das heißt, die Automobilzulieferer führen heute den MDAX an. Ganz unten sehen Sie natürlich auch die Verlierer des Tages, sind, wie sich das für einen richtigen Bullenmarkt gehört, nicht gerade sehr viele. Eine weitere Grundfunktion ist der Signale-Ticker. Dieser zeigt Ihnen jedes Chart-Signal, das momentan am Markt generiert wird, in Echtzeit an und sortiert es dann nach dem Zeitpunkt des Auftretens. Unter Scans und Handelssignale finden Sie schließlich eine Vielfalt an Chart-Mustern, die Sie Ihren Ansprüchen entsprechend anzeigen lassen können. Sie sehen hier zum Beispiel Hammer-Signale, die Candlesticks, Handelssignale und so weiter. Es ist also klar, dass Sie sehr viele Möglichkeiten haben, sich den Markt anzuschauen und auch ganz spezielle Signale anzeigen zu lassen. Die wichtigste Frage, die sich dabei natürlich stellt, ist die, welche Signale ich gerade jetzt in diesem Marktumfeld brauche, um erfolgreich zu sein. Dies kann auf den ersten Blick sehr komplex wirken und vielleicht gerade neue Nutzer der Software oder wenn auch die Software gar nicht nutzt, kann sich von dem Angebot, von der Fülle möglicherweise etwas überfordert fühlen. Aber auch hier findet man in der TraderFox-Software rasch Hilfe. Und zwar wechseln wir dazu auf die Übersichtsseite. Wir öffnen direkt die Software und gelangen dann direkt auf die Übersichtsseite. Hier sehen wir bereits auf den ersten Blick, welche Signale momentan die höchsten Trefferquoten vorweisen. Wir sehen zum Beispiel 81,4% der Ausbrüche aus dem kurzfristigen Abwärtstrend funktionieren. Auch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend steil funktionieren fast 80% der Ausbrüche. Diese Signale können wir uns jetzt zum Beispiel gleich anzeigen lassen über einen Klick. Und hier bekommt man dann alle Aktien, die heute aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen sind, angezeigt. Der LDKom zum Beispiel, werden wir uns gleich nochmal etwas genauer anschauen. Konstantin Medien, Fresenius. Hier sehen Sie die Kandidatenliste. Alles Werte, die momentan im Begriff sind, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Die Tatsache, dass der kurzfristige Abwärtstrend, dass dieses Signal, wo der Trend wieder gebrochen wird, eine so hohe Trefferquote hat, zeigt uns, dass im Bullenmarkt die Rotation, das Rotationsprinzip intakt ist. Das heißt, Werte, die bis dazu besonders gut gelaufen sind, konsolidieren nun wieder und im intakten Bullenmarkt werden diese Werte nach einer gewissen Zeit wieder aufgegriffen. Und genau das geschieht, wenn Aktien einen kurzfristigen Abwärtstrend ausbilden. Die Ausbildung des Abwärtstrends bedeutet Luft holen, Konsolidierung. Und wenn dieser Trend dann wieder gebrochen wird, gibt uns das ein Fortsetzungssignal. Übergeordnet positiv stimmt uns dann außerdem, dass die Turtle Trading Strategie 2, das sind Ausbrüche über das 55 Tageshoch, eine hohe Trefferquote haben. Und auch, dass sich GD15 und GD30 kreuzen, ist sehr positiv. Turtle Soup plus 1 Long Signal, das heißt, ein Turtle Short Signal, das nicht funktioniert, wird zum Turtle Soup Signal. Das suggeriert einen Fehlausbruch nach unten, der erfahrungsgemäß wieder eine starke Aufwärtsdynamik entfalten kann. Also wir halten fest, das Prinzip des aktuellen Marktes lautet, wir haben einen intakten Aufwärtstrend mit einer hohen Dynamik. Und Rücksetzer werden augenscheinlich gekauft, weil, wie gesagt, die Abwärtstrends nach oben wieder durchbrochen werden. Und in einem solchen Markt sollten neben den hier angezeigten Signale auch andere Swing Signale sehr gut funktionieren. Der DAX bildet zum Beispiel auch gerade einen Reversal aus, das heißt, er versucht eine Trendfortsetzung nach der Korrektur, so dass wir mit Swing Signalen momentan gut aufgestellt sein sollten. Auch hier gibt uns TraderFox nochmals weitere Hilfestellungen und zwar finden wir in den Tutorials ausführliche Informationen über einzelne Signale. Und hier besonders schön unter den Trading Routinen finden wir je nach Marktumfeld bestimmte Handelsempfehlungen oder Handelshinweise. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, Swing Trading Signale sollten momentan besonders gut funktionieren. Dann finden wir hier weitere sinnvolle Swing Trading Signale. Hier ist einmal das Signal von Mark Riverland angegeben. Auch zu diesem finden wir hier unten nochmals ausführlichere Informationen. Hier die genaue Zählweise für das Signal, die die Software aber für Sie übernimmt und automatisch alle Aktien, die in dieses Muster fallen, präsentiert. Dann weitere Swing Signale wären auch das 1-2-3-4er Signal von Jeff Cooper, das ist ein typisches Swing Signal oder TraderFox hat ein eigenes 1-2-3-4er Swing Signal und natürlich auch der Hammer, das wären auch Swing Signale. Diese Signale sind nun nicht hier bei Swing Trading aufgeführt, aber dazu, das werden Sie dann später noch sehen, findet man dann auch im Trading Channel nochmals Hilfestellungen, wo ganz aktuell und konkret auch bestimmte Signale, die besonders gut funktionieren, immer besprochen werden. So, wir haben nun also eine gute Idee, welche Signale im Markt funktionieren sollten. Wir können wieder zum Trading Desk wechseln und nun sehen diese ganzen Signale schon nicht mehr ganz so wüst vielleicht aus wie den einen oder anderen oder komplex einfach. Wir stellen uns ein, dass wir die Trendlinienbrüche natürlich sehen möchten, die kurzfristigen Konsolidierungen, einmal den kurzfristigen Abwärtstrend wollen wir uns anschauen, steil, dann gibt es den kurzfristigen Abwärtstrend flach. Das schauen wir uns auch an, dann Jeff Cooper, 1-2-3-4er Signal, wollen wir uns anschauen, außerdem das TraderFox, 1-2-3-4er Signal. Hier ist gleich schon zu sehen, dass das Riverland Signal 16 Mal auftritt, Sie sehen das hier, Riverland Long Signal. Die 16 in Klammer heißt, es gibt 16 aktive Signale. Und weil wir gesehen haben, dass wir in einem Bullenmarkt sind und auch die Turtle Trader Signale gut funktioniert haben, also Turtle Trader 2 und 1, das sind die Brüche der 20 bzw. 55 Tageshochs, wollen wir uns auch die stärksten Bullen am Markt genau anschauen, die Leader of the Bull Market und die finden wir, wenn wir uns anschauen, welche Aktien auf ein neues 52 Wochen hoch ausbrechen. Während diese Aktien nämlich noch konsolidieren oder beziehungsweise aus einem Swing Tief wieder nach oben streben und ihre vorherigen Hochs noch nicht überschritten hatten, zeigen diese Aktien eine höhere relative Stärke und gehen bereits auf neue Hochs hinaus. Beides hat seinen Vorteil zu traden. Hier bei diesen Swing Trading Signalen kann man mit guten Shores-Risiko-Verhältnissen arbeiten. Das werden wir gleich in den Charts sehen, wenn wir uns die Charts genauer anschauen, dass hier Stops gut zu platzieren sind und diese Aktien streben eben mit großer Dynamik bereits auf neue Hochs und zeigen dadurch relative Stärke. Schauen wir uns nun ein paar Signale an. Also zunächst die Riverland Swing Signale. Wenn ich hier auf Charts klicke, zeigt mir Trader Fox automatisch alle Charts direkt an. In der Chronologie finde ich dann vergangene Swing Trading Signale, wo ich mir anschauen kann, wie diese in der Vergangenheit funktioniert hat. Naix-Tron ist gerade dabei, noch eins auszubilden. Und bei der Suche nach aktuellen Trading Chancen ist es einfach sehr zielführend, sich die Charts direkt anzeigen zu lassen. Man hat alles im Überblick. Was hier auf den ersten Blick zum Beispiel positiv auffällt, RWE hat hier einen sehr starken Aufwärtstrend ausgebildet, obwohl den Stromkonzernen quasi ihr eigenes Geschäftsmodell weggebrochen ist. Scheint hier doch einiges schon eingepreist gewesen zu sein. Und hier besonders interessant, die Marke von 35 Euro bedeutet gleichzeitig der Bruch eines horizontalen Widerstandes. Das heißt, würde sich das Swing Trading Signal als valide erweisen und würde sich der Trend dann fortsetzen, könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Das heißt, intakter Aufwärtstrend, wichtiger Widerstand bei 35 Euro. Und ein intaktes Signal könnte, wenn es in sich fortsetzt und die 35 Euro durchspricht, danach gleich nochmal einen dynamischen Aufwärtsimpuls, einen zusätzlichen Aufwärtsimpuls liefern, weil dadurch nochmal ein stärkeres Chartsignal generiert würde. Generell bietet es sich immer an, nach Clustern zu suchen. Das heißt, nicht nur ein Kaufsignal, nicht nur ein Kaufargument sich zu suchen, sondern mehrere. Ganz optimalerweise, und das ist auch, was wir im Trading Channel sehr aktiv betreiben, ist es zusätzlich zur Chart-Technik noch fundamentale Aspekte mit hineinzubringen. Das heißt, fundamentale und charttechnische Gründe zu finden und damit das Cluster noch zu vergrößern. Schauen wir weiter. RWE, da haben wir gesagt, Cluster, Axel Springer. Hier sieht man eine schöne Momentum-Impuls-Formation über das vorangegangene Zwischenhoch. Dann eine bullige Konsolidierung, also nach dem Bruch des bisherigen Jahreshochs. Das sieht direkt sehr interessant aus. Also schaue ich mit dem Chart mal im längerfristigen Bild an. Auch hier sieht man Aufstreben. Die Marke von 40 Euro stellt hier einen stärkeren Widerstandsbereich dar. Wenn die Aktie hier einen weiteren Ausbruch schafft, wäre das sehr positiv zu bewerten, wenn es eindeutig anzeigt, dass sie weiter nach oben möchte. Hier sieht man schön, langer Aufstieg, bullige Konsolidierung. Dieses Preisniveau hier, ungefähr 35 Euro, wurde nicht mehr unterschritten. Einmal getestet, zweimal getestet, hier noch einmal ein paar Spike und dann dynamisch der nächste Aufwärtsimpuls. So sieht ein bulliger Chart aus. Schauen wir weiter, was es noch gibt. Hier übrigens auch interessant noch zu Axel Springer, das hohe Volumen. Hohe Volumina bestätigen steigende Preise, da hier sehr viel Überzeugung mitspielt beim Kursanstieg. Außerdem positiv dieser Hämmer, das heißt, hier gab es eine Umkehr im Sentiment im Laufe dieses Tages. Ich vergrößere den Chart nochmals, dann sieht man es noch besser hier. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, welche News hier war, das wäre leicht zu recherchieren, aber zunächst waren die Investoren verschreckt, aber dann im Tagesverlauf kam eine Stimmungsumkehr und trotz deutlich fallender Kurse, Sie sehen hier, dass sogar diese Trading Range nach unten durchbrochen wurde, trotzdem haben Investoren zugegriffen und die Aktie gekauft. Das heißt, hier war jemand sehr überzeugt davon, dass er die Aktie zu höheren Kursen wieder losbekommt und dass Kurse unter 35 Euro bei Axel Springer eine attraktive Kaufgelegenheit darstellt. Und direkt danach schließt sich der bullische Aufwärtsimpuls an mit weiterhin gutem Volumina. Dann folgt die bullische Konsolidierung. So verläuft ein lehrbuchmäßiger Aufwärtsimpuls, bei dem eine Trendfortsetzung folgen sollte. Da könnte man, weiß ja nie genau, aber rein Charttechnisch wäre dies so zu interpretieren. An dieser Stelle noch ein Hinweis, dass die Aktien, die hier im Webinar besprochen werden, keine Kaufempfehlungen sind. Also wir empfehlen diese Aktien weder zum Kauf noch empfehlen wir sie zum Verkauf. Wir weisen darauf hin, dass das Trading hoch riskant ist und auch zum Totalverlust des Kapitals führen kann. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir regelmäßig mit den hier besprochenen Werten auch selbst handeln und auch gegebenenfalls Positionen in diesen Wertpapieren besitzen. So, kommen wir nach diesem kurzen offiziellen Einschub nochmals zu den Schadsignalen. Und zwar schauen wir uns hier Schaltbauholding nochmal genauer an. Das sieht nämlich auch sehr interessant aus. Wir öffnen den Chart. Im langfristigen Bild sehen wir, dass die Aktie hier an ein neues Hoch zusteuert. Wenn wir den Chart noch langfristiger nehmen würden, wäre sogar zu erkennen, dass es ein neues Allzeithoch ist. Und zwar gibt es auch eine kleine Story hierzu zu erzählen. Im Januar hatte die Aktie hier, das war an diesem Tag, überraschend gute vorläufige Zahlen gemeldet. Dann hat sich daran angeschlossen ein bullischer Aufwärtsimpuls, so ähnlich wie wir ihn bei Axel Springer eben gesehen hatten. Aufwärtsimpuls mit bullischer Konsolidierung, der dann wieder fortgesetzt wurde, zwar etwas langsamer. Hier mit bullischer Seitwärtskonsolidierung. Hier sieht man jetzt nicht, wo dieses Signalschild steht. Da generierte die Aktie einen Down Gap. An diesem Tag oder einen Tag später wurden allerdings nochmals vorläufige Zahlen gemeldet. Kam eine weitere Meldung raus. Und auf diese hin schoss die Aktie dann erneut aus dieser Tradingzone heraus. Das heißt, wir hatten hier zweimal News getriebene Aufwärtsbewegungen. Einmal hier und einmal da. Wenn nach einer Neuigkeit, nach einer Nachricht sich ein Kurs stark erhöht oder aufwärts strebt oder auch runterfällt, je nachdem, spricht man von Pivotal Point, weil eine Nachricht den Blick, den Investoren auf eine Aktie haben, verändern kann. Es kann sein, dass eine Aktie nach besonders guten vorläufigen Zahlen plötzlich in einem besseren Licht dasteht, als dies vorher der Fall war. Und bei Schaltbau scheint dies so gewesen zu sein. Also diese Nachricht hat dazu geführt, dass die Aktie auf ein höheres Bewertungsniveau gebracht wurde. Das Papier wurde im September 2011 in den SDAX aufgenommen und gab im Zuge der Meldungen über die vorläufigen Zahlen auch bekannt, dass das Eigenkapital deutlich verbessert werden konnte von 10,4%. Auf nunmehr 28%. Verantwortlich war dafür einmal das gute Ergebnis und dann aber auch die Fälligkeit von Wandelschuldverschreibungen. Die Dividende wurde außerdem kräftig erhöht von 1,10 Euro auf 1,80 Euro und man traute sich sogar eine konkrete Prognose für 2012 zu und das relativ früh, während die meisten anderen Unternehmen bei den vorläufigen Zahlen sich dann noch sehr bedeckt hielten für 2012. Das heißt, Schaltbau scheint hier über eine recht gute Planungssicherheit zu verfügen, was bei den Investoren ein gewisses Vertrauen erweckt hat. Im Kurs hat sich dies entsprechend positiv niedergeschlagen. Sie sehen also auch Schaltbau, wenn man noch eine kleine Geschichte dazu kennt, vielleicht fundamentale Art, ist auch ein interessanter Kandidat. Der jetzt über dieses Swing Trading Signal, das möglicherweise ausgebildet oder das Ausgibt, generiert wurde, aufwärts sich weiter fortsetzen könnte. Hier möchte ich jetzt kurz nochmal den Vorteil verdeutlichen, den jetzt ein Swing Trading Trade hätte gegenüber einem Ausbruchstrade. Ich könnte hier sehr gut mit einem Stop Loss arbeiten, was sowieso immer gemacht werden soll, egal wie gut man ein Setup hält, wie charttechnisch oder fundamental man ein Setup positiv findet. Ohne Risikobegrenzung ist das Überleben als Trader nur in der Frage der Zeit. Bei diesem Swing Signal könnte man hier sehr gut einen Stop definieren. Ein weiteres Swing Signal, das wir jetzt gar nicht aufgeführt haben, was ich aber auch jetzt noch kurz anführen möchte, ist natürlich der Hammer. Wir hatten uns eben schon bei Axel Springer den psychologischen Hintergrund eines Hämmers ein bisschen angeschaut. Es gibt im Tagesverlauf einen Stimmungsumschwung, das heißt zuerst sind die Anleger sehr skeptisch gestimmt. Im Laufe des Tages wandelt sich diese Skepsis aber in Zuversicht, sodass der Kurs sich dann wieder deutlich vom Tiefstand erholt und wieder weiter nach oben strebt. Auch hier sehen wir bestimmte Swing Trading Muster. Hier sehen wir ein wunderschönes Swing Verhalten für kurzfristige Trader. Ein schöner Aufwärtstrend, der jetzt hier nochmal ein Pullback macht an dieses Hoch. Das heißt auch dieses Swing Trading Signal wäre als Cluster zu definieren. Einmal Unterstützung an diesem Punkt plus ein Hämmersignal, so dass wir hier schon zwei charttechnische Indizien für eine Umkehr hätten. Hier außerdem sehr positiv wieder ein sehr starker Hämmer mit hohem Volumen. Diese sind besonders valide und haben besonders hohe Trefferquoten. Und wie Sie sehen, blieb dieser Hämmer auch intakt, dieser kleine Angstzweig nach unten. Also wäre auch dies eine sehr schöne Aktie für einen Swing Move. Schauen wir uns die Hämmer weiter durch. Deutz bildet einen Hämmer aus. Kronis, der Getränkeanlagenhersteller. Auch hier schauen wir uns zunächst das langfristige Bild an. Bei Kronis gab es Ende letzten Jahres noch massive Insider-Käufe. Dann ging die Aktie hier sehr stark und sehr bullisch nach oben. Leider mit einer Inselumkehr, mit einem Gap drehte sich das Ganze hier wieder. Und die Aktie gehörte zu den deutlichen Underperformern seit dem Crash. Erholte sich erst ganz spät. Nun hat die Aktie auch einen Hämmer ausgebildet und diesen bestätigt. Am 21. März lag das Jahresergebnis, das bekannt gegeben wurde, deutlich unter den Erwartungen. Grund dafür waren allerdings Sonderbelastungen. Es gibt einen Rechtsstreit in den USA und da müssen Rückstellungen gebildet werden. Deswegen waren die Anleger stark enttäuscht. Das war an diesem Tag, wo der Hämmer gebildet wurde. Das heißt, die erste Reaktion der Anleger war Verkaufen. Aber dann hatte sich im Tagesverlauf hier nochmal eine Käufergruppe gefunden, die in die fallenden Kurse kauften. Das heißt, hier haben wir einen Hämmer. Dieser Hämmer ist allerdings noch nicht bestätigt. Er wird erst bestätigt, wenn es hoch überschritten wird. Das heißt, die Anleger sind dann bereit, noch mehr zu bezahlen als die positiv gestimmten Anleger an diesem Umkehrtag. Nun, durch Sondereffekte war das Ergebnis belastet. Operativ lief es aber recht gut. Das operative Ergebnis legte von knapp 71 Millionen auf 74,6 Millionen zu. Der Auftragseingang stieg um 14,6 Prozent an. Umsatz plus 14 Prozent. Die Dividende sollte auch nun deutlich erhöht werden um 20 Cent auf 60 Cent. Das heißt, übergeordnet gibt es ja keine Anzeichen dafür, dass die Lichter bei Krone so schnell ausgehen werden. Zumal man fundamental mit dem Geschäftsmodell Getränkeabfüllanlagen weltweit einer der großen Player ist. Und hier langfristig durchaus Potenzial vorhanden sein sollte. Das heißt, dieser Hämmer wurde jetzt lehrbuchmäßig nicht direkt bestätigt, weil das Tief noch mal unterschritten wurde. Aber auch unterhalb dieses Tiefs gab es noch mal einen Hämmer, der nun heute bestätigt wurde. Das heißt, fallende Kurse auf diesem Niveau werden auf Tagesbasis bei Krones zu Käufen genutzt. Wer fundamental von der Krone-Story überzeugt ist und diszipliniert hier mit einem Stop arbeitet, könnte versuchen, diesen etwas riskanteren Trade durchzuführen. Weil die Abwärtsdynamik ist ja doch recht stark. Die Aktie führt im momentanen Bull Market ein Eigenleben, das eher abwärts gerichtet ist. Aber als kleine Beimischung oder als kleinen Versuch, vielleicht eine Aktie noch mal als Nachzügler etwas tiefer einzusammeln, zumindest für einen kurzen Swing, könnte Krones interessant sein. Ist aber angesichts anderer Stories, ja, aus meiner Sicht eher zweite Wahl und eher als Beimischung gedacht, falls man, wie gesagt, einen Nachzügler vielleicht sucht. Schauen wir uns weitere Signale an, und zwar der kurzfristige flache Abwärtstrend. Auch hier können wir uns sehr schön direkt die Charts anzeigen lassen. Konstantin Medien, Delticom. Im Langfrist-Chart sieht man, dass die Aktie, sie seit 2011, nicht mehr vom Fleck bewegt hat, großartig. Sie wurde allerdings auch nicht großartig abverkauft. Selbst den August-Crash hat sie fast unbeschadet überstanden. Das heißt, die Investoren sind nicht bereit, die Aktie in großem Maßstab aus der Hand zu geben. Der Aktie fehlt allerdings auch noch nach einer Vervielfachung in den letzten Jahren, fehlt allerdings auch noch jetzt der nächste Aufwärtsimpuls. Aber als Trader oder mittelfristig orientierter Trader braucht man einfach auch Geduld immer wieder, und die zahlt sich immer wieder aus. Das heißt, wenn man das fundamental positive Szenario bei Delticom im Kopf hat, sollte man immer mal wieder einen Blick auf die Aktie werfen, zumal dann, wenn sie wie hier ein Kaufsignal generiert. Auch hier gibt es im Chart einen sehr interessanten Punkt, wenn man sich ein bisschen die Chart-Technik mit den Fundamentaldaten, mit den Fundamentalinfos verknüpft. Und zwar an diesem Tag, wo dieses hohe Volumen aufdraht und dieser sehr starke Preisaufschwung, meldeten Delticom vorläufige Zahlen. Und zwar hat man bekannt gegeben, dass, obwohl das Jahr 2010 ein Ausnahmejahr war, aufgrund des sehr außerordentlich starken Winters und dem Gesetz zur Winterreifenpflicht, konnte der Autohändler den Absatz weiter steigern, das EB sogar um 9,6 Prozent auf 52 Millionen steigern. Ein Grund dafür, dass man sich der allgemein eher schwachen Autoreifen nachfrage, das heißt, der althergebrachte stationäre Reifenhandel, entwickelte sich laut Branchenverband eher verhalten, aber Delticom konnte sich dieser Entwicklung entziehen. Nun ist es natürlich für Kunden sehr interessant, sich Reifen online nach Hause schicken zu lassen, die man im Internet bequem aussuchen kann. Man muss nicht zur Werkstatt fahren, dort aussuchen, Auto stehen lassen. Man kann sich die Reifen gleich nach Hause schicken lassen, man kann sie gleich in die Werkstatt schicken lassen, die dann dort mit einem einzigen Termin montiert werden. Und dadurch, dass Delticom sehr große Lagerkapazitäten hat, größere als ein normaler Kfz-Reifenhändlerbetrieb das haben kann, kann man Reifen zu günstigen Preisen einkaufen, je nach Saisonalität, kann diese einlagern und dann, wenn die Nachfrage im Winter wieder steigt, hat man ein sehr großes Angebot an günstigen Reifen. Das heißt, man hat sowohl einen Servicevorteil, weil der Kunde weniger Aufwand hat, die Reifen zu wechseln und man hat günstige Preise durch hohe Lagerkapazitäten. Sie sehen, nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen hat sich der Impuls sogar weiter fortgesetzt. Dann gab es eine Konsolidierung mit einem neuen markanten Tief, das gehalten hat. Das heißt, dieser Pivotal Point ist nach wie vor intakt und die Aktie versucht nun erneut einen oder einen weiteren Aufwärtsimpuls zu starten. Ob es nun gelingt, diese lange Konsolidierung zu überwinden, diese Frage mag natürlich mit Sicherheit niemand zu beantworten, aber beim Trading geht es einfach um gewisse Wahrscheinlichkeiten und man könnte hier als Trader durchaus versuchen, ein solches Szenario gerade im aktuellen Bullenmarkt zu spielen, weil sich mit einem Auswurf auf ein neues Allzeithoch hier durchaus wieder interessante Kursperspektiven eröffnen. Dann wollen wir natürlich auch noch einen Blick auf die aktuellen Stars werfen, sage ich mal, die bulligsten Werte, die schon auf neue Hochs rausgehen. Auch hier können wir uns über einen Chartklick dies sehr schön anzeigen lassen. Schauen wir uns kurz Carl Zeiss Meditec an. Sie sehen hier ein sehr markantes, eine Tasse Henkel-Formation könnte man hier erkennen mit dem dynamischen Ausbruch nach oben und hier wird ein neues Hoch generiert. Auch hier hatten wir einen Pivotal Point und zwar am 14.02. gab es Zahlen von Carl Zeiss mit einer sehr starken Preis-Volumen-Reaktion, die dieses Papier schon auf ein neues Hoch hinausführte. Es gab die bullige Konsolidierung, hier wurden Investoren herausgeschüttelt, kurzfristige, und nun schickt sich die Aktie an, ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. Die Zahlen waren sehr gut. Der Umsatz stieg plus 13,5% auf 210 Millionen. Die EBIT-Marge konnte sich weiter auf 13,4% verbessern, um 0,4 Prozentpunkte. Und was den Investoren wahrscheinlich auch sehr gut gefallen hatte, war, dass sich bis 2015 die EBIT-Marge auf 15% weiter verbessern soll. Das mögen Anleger besonders gerne, wenn die Marge, die Gewinnspanne sich weiter verbessert. Und eine Aktie, bei der es fundamental, auch durchaus langfristig bis 2015 so gute Perspektiven gibt und die auf ein neues Hoch ausbricht, sogar per Schlusskurs, neues 52 Wochen hoch, ist in einem Markt wie aktuell ein sehr interessantes Papier. Sie sehen also, dies ist jetzt eine Möglichkeit, wie Sie TraderFox benutzen können, um aussichtsreiche Chartsignale zu finden. Sie bekommen Hilfestellungen über die Trefferquoten zum Beispiel und die Tutorials beim Zusammenstellen Ihres Desks, Ihres persönlichen Desktops. Außerdem bekommen Sie weitere Hilfestellungen in unserem Trading Channel. Hier läuft das Ganze so ab, dass wir ein Musterdepot führen. Sie erhalten regelmäßig Informationen zu Aktien und zu den Musterdepot-Werten. Kurz, der Trading Channel ist das Herzstück des Musterdepots. Und dieses Musterdepot wird von unseren professionellen Tradern aktiv geführt und wie Sie sehen, kann sich die Performance auch seit der Auflegung durchaus sehen lassen. Hier unten Entschuldigung Hier oben sehen Sie die aktuellen Positionen Dialog Semiconductor und AX-Tron Unten sehen Sie ganz transparent die Käufe aufgeführt und Werkeufe mit Verlust-Gewinn Kaufdatum Verkaufdatum wo jeder Trade nachvollziehbar ist Sie können sich hier entweder nur den Live Trading Ticker anzeigen lassen Im Live Trading Ticker werden mehrmals täglich besonders aussichtsreiche Signale vorgestellt und hier werden auch die Transaktionen für das Musterdepot durchgeführt und die tagesaktuellen Strategiebesprechungen werden auch hier aufgeführt. Sie sehen hier zum Beispiel die Begründung für den Kauf von Dialog Semiconductor dass der Konzern von Apple vom Apple Boom profitiert und hier auch ein Trader Fox Momentum Impuls Signal generiert. hier Linde wird als Top Bull Stock vorgestellt und hier sehen Sie auch dann dass bestimmte Aktien die besonders aussichtsreich sind hier Ihnen noch wieder dargeboten werden so dass sie mit der Software mit den Funktionen der Software hier nicht alleine gelassen werden sondern den Trading Channel auch als Ideenbörse und auch als Coaching Area nutzen können. Dann gibt es auch den aussichtsreichen Aktienreport Hier bekommen Sie in der Regel zweimal wöchentlich Top Picks am deutschen Markt das heißt einmal werden Aktien genauer unter die Lupe genommen die aktuell im Musterdepot sind hier war es zum Beispiel Deutz Depotcheck gibt es fundamentale Hintergrundberichte mit einem Pivotal Chart dazu der einfach die ja den Zusammenhang zwischen Charttechnik und Fundamentals sehr direkt und originär miteinander verbindet diese Charts verbinden sozusagen die fundamentale und technische Analyse Wir wollen uns auch hier noch eine Aktie anschauen und zwar werfen wir einen Blick auf SAP die wir in den Top Picks genannt hatten Sie haben es eben schon gesehen bei der Herangehensweise schon bei den Chart-Signalen im Trading Desk dass wir gerne die Aktien nach Chart-Signalen screenen und dann schauen welche Story steckt dahinter wo sind die treibenden Kräfte die dahinter stecken und bei SAP war es zum Beispiel hier das Beispiel finde ich besonders schön dass es auch bei einem Konzern der fast 70 Milliarden Mark Kapitalisierung hat einfach einen so großen Informationsvorsprung der der professionellen Investoren irgendwo dann doch nicht geben kann zumindest fragt man sich wo dieser Informationsvorsprung ist wenn hier nach der simplen Bekanntgabe vorläufiger Zahlen so ein starker Bullmove auftritt also hier hätte jeder durchschnittliche Investor noch lange Zeit gehabt einzusteigen in den Kurs ohne ein komplettes Handelsbüro das eng vernetzt ist mit Unternehmensvorständen und allem möglichen es kam eine Meldung mit vorläufigen Zahlen im riesen DAX-Konzern und danach geschah dies der Ausbruch aus der langfristigen Seitwärtsbewegung die seit 2001 anhält und ein sehr starkes Schatzsignal generiert hat 2011 generierte SAP das beste Ergebnis der Geschichte mit einer operativen Marge von 33% Da die US Tech-Werte auch sehr stark sich verhalten und der Nasdaq sehr stark ist sind Technologieaktien einfach im aktuellen Marktumfeld sehr interessant und SAP einfach bei Korrekturen ein äußerst interessanter Kaufkandidat und wie gesagt hier sieht man dass Pivotal Points funktionieren selbst bei so großen Werten die von allen Analystenhäusern ständig begleitet werden wenn wir nun hier eine Aktie haben dann können wir uns natürlich auch im Desk SAP noch mal genauer Charttechnik unter die Lupe nehmen hier oben über die Aktiensuche gebe ich das Papier ein bei A sehe ich wie viele Chart-Signale momentan aktiv sind Sie sehen die Aktie zeigt hier einmal Tendenzen zu korrigieren was ja auch verständlich ist in einem so starken und steilen Aufwärtstrend hier können Sie sehen das neue Jahreshoch als das generiert wurde das heißt ein Rücklauf auf dieses Niveau überrascht keinesfalls sondern würde im Gegenteil wenn sich jetzt hier ein Swing-Trading-Signal über 52 ausbilden würde hätten wir nochmals ein Cluster hier war der Bruch des neuen Jahreshoch und das wäre dann sozusagen als Bestätigung zu werden mögliches Signale sieht man auch hier das Riverland Swing-Trading-Signal kündigt sich bereits an ist aber doch nicht bestätigt und zum neuen Jahreshoch sehen Sie hier ist der Abstand noch 3,11% also auch SAP sehr interessant Dialog Semiconductor wollen wir uns auch noch kurz anschauen unseren Depotwert hier sehen Sie bereits bullische Chart-Signale ohne Ende ja ganz massiv wurden im März bullische Chart-Signale ausgelöst auch hier die Davis-Box Anstieg bullischer Impuls Konsolidierung Trendfortsetzung am 9. Januar wurde ein Rekord Umsatz bei Dialog Semiconductor vermeldet ein Umsatzwachstum von 78% die Aktie profitiert wohl als stärkstes Unternehmen also in Deutschland am stärksten vom Apple-Boom iPad-Boom iPhone-Boom und zeigte im Januar mit steigenden Kursen nach der Bekanntgabe des Rekordumsatzes ein sehr positives Verhalten Sie sehen der Kurs Anstieg mit dem Durchmarch auf ein neues Hoch war durch hohe Volumina gestützt was immer sehr positiv zu werten ist Nun Sie haben Sie haben nun einen Eindruck erhalten von der Art und Weise wie man mit unserer Software arbeiten kann Sie können mit Traderfox Handelssignale in Echtzeit finden und das sogar bevor diese ausgelöst werden wie Sie bei den Kandidatenlisten sich im Desktop zum Beispiel anzeigen lassen können dann können Sie genau die Signale handeln die laut der aktuellen Trefferquote am erfolgreichsten sind das heißt Sie bekommen hier echte Hilfestellungen welche Signale wirklich aussichtsreich sind dann können Sie mit dem Trading Desk alle Screenings perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen Ihren Handelsstil und auf das Marktumfeld natürlich und im Trading Channel haben Sie die Möglichkeit von unseren professionellen Tradern zu lernen und Sie bekommen ein Angebot von einer engen Verbindung technischer und fundamentaler Analyse die ein Computer oder ein Software Programm so alleine nicht liefern kann Nun liebe Trader wir hoffen dass Ihnen unser Software Rundgang Spaß gemacht hat und wir würden uns sehr freuen wenn wir Sie von den Möglichkeiten die TraderFox Ihnen bietet überzeugen konnten Wenn Sie unser Angebot zu vergünstigten Konditionen testen möchten können Sie dies mit dem Gutscheincode tun auf www.traderfox.de slash Rabatt können Sie wenn Sie dort meinen Namen angeben Frank dieses Angebot wahrnehmen Mir bleibt nur noch mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen Bei weiteren Fragen oder Anregungen sind Sie nun auch gerne in unseren Live Chat eingeladen und an dieser Stelle würde ich dann